Ludwig Hirsch, Killer. Ich plaudere immer ein bisschen mit der betreffenden Person, bevor ich sie liquidiere. Ich erzähle ihr, wer ich bin, warum ich ihr jetzt gegenüber sitze, wer mein Auftraggeber ist und dass es kaum wehtun wird, weil ich nämlich ein Profi bin. Und dann versuche ich, die betreffende Person etwas aufzubauen. Den Männern sage ich, dass sie ruhig stolz sein können, weil sie ja so eine Art Heldentod sterben, nämlich früher als geplant, wie im Krieg. Den Frauen mache ich meistens Komplimente, dass sie schöne Augen haben und so. Manche fragen mich dann, ob ich meinen Job gern mache. Na klar, sage ich, weil ich ihn gut mache. Und was man gut macht, macht man gern. Viele weinen auch, meistens die Frauen. Und dann tröste ich sie mit einem Gedicht von mir. Blau wird Himmelblau. Rot wird Rosarot. Dein Lächeln wird unendlich sein. Tränenverbot. Flügel wirst du haben und da oben herumfliegen. Und wenn sie aufspielen, die Himmelsgeigen, dann wirst du mitjubilieren. Ja, die Frauen. Zu ihnen versuche ich besonders nett zu sein, bevor ich sie liquidiere. Schau, sage ich. Es wird schnell gehen. Du wirst gut sterben. Wusch. Und schon bist du oben. Ohne verabschieden. Glaub mir, sage ich. Verabschieden macht nur traurig. Nur von mir wirst du dich verabschieden, sage ich. Aber wir werden uns wiedersehen. In meinen Träumen. Ich sehe sie alle in meinen Träumen wieder. Nicht immer angenehm, aber Auf dich? Auf dich freue ich mich schon, sage ich. Und dann kommt die zweite Strophe von meinem Gedicht. Oh Mama und Oh Papa, freuen sich schon auf dich. Himmelsbussalen werden sie dir geben. Verpackt in Sternenlicht. Flügelchen werden sie haben. Und entgegen werden sie dir fliegen. Und was aufspielt die Himmelsgeige, das haben sie komponiert. Die Männer, nein, die Männer weinen nicht so oft. Manche versuchen sogar aufzugeben. Dann muss ich sie halt festbinden. So leid es mir auch tut. Schau, sage ich dann, sei froh, dass ich es bin und nicht mein Kollege. Der kommt rein, reißt die Zunge raus, putzt damit seine Brille, damit er besser zielen kann. Dann zieht er seine Waffe und peng. Ja, mein Kollege. Meistens nehme ich mit meinem Gegenüber noch einen letzten Drink aus meinem Flachmann. Zuerst ich einen Schluck, dann er. Wenn er festgebunden ist, will er meistens nicht. Dann halte ich ihm die Nase zu, so lang, bis er den Mund aufmacht und gluckst. Prost, sag ich. Prost, spendet Trost. Dann stecke ich meinen Flachmann wieder ein. Und dann, ja, oh ja, ich plaudere immer mit der betreffenden Person, bevor ich sie liquidiere. Und übrigens, mein Gedicht hat drei Strophen. Du wohnst in einem Prachtpalast aus weißem Sonnenschein. Und er selbst, der liebe Gott, er wird dein Nachbar sein. Flügelchen wirst du haben und da oben herumfliegen. Und wenn sie aufspielen, die Himmelsgeigen, dann wirst du dirigieren.